Samstagabend Kohlendampf ohne Ende und da wollte ich mir heute mal was Besonderes gönnen, da ich nicht auf Fastfood stehe, weder auf Burger King noch auf Mc Dove, mir das nicht zwischen meine Zähne kommt, mache ich mir meine Burger selbst und zwar die Mr. Tee Lerner Style Burger. Sehr 50% Rinderhack, 50% Tartar, das ganze vom Bio-Rind und dann dazu Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und Mais und Zwiebeln, habe ich glaube schon gesagt, Gewürz, bisschen Pfeffer, bisschen Salz, in der Pfanne rechts links angebraten mit leckerem Öl, mit leckerem Olivenöl und jetzt geht es noch in die Pfanne, circa 10 Minuten bei vorgeheiztem Ober-Unter, circa 8-10 Minuten. Das war's, lasst euch schmecken, Andreas Rienbacher, Mr. Tee und seine selbstgemachten Neandertal Burger.